Ich hoffe, ich habe hier drin alles gefunden. Ich habe zwei Pfeile vergoldet. Ja, Map. Ja, Süden, Westen. Sind aber jetzt die Druckplatten oder die Schalter gemeint? Süden wäre hier. Also, das wäre der südliche Schalter. Das wäre westlich, das wäre östlicher Schalter. Aber wie soll ich zuerst den südlichen drücken, wenn ich zuerst den da drücken muss, um überhaupt reinzukommen? Weil die Platten können nicht gemeint sein. Die sind nämlich nichts nach Süden-Westen und so weiter angeordnet. Und System-Westen-Westen-Westen-Westen-Süden. Und System-Westen-Westen-Westen-Osten-Süden. Das wäre... Das wäre... Das ist im Osten. Das heißt, erst den, dann den. Okay, gucken wir mal, wie wir das so weit hinkriegen. Das wäre erst mal der hier. So, dann kommt... Westen, das wäre der da drüben. So, dann schießen wir mal kurz. Weil jetzt kommt Osten als nächstes. So. Dann kommt wieder Westen, dann wieder Osten. So, und jetzt gleich wieder Süden. Damit habe ich das hier aufgemacht. Und das bringt mich wieder an den Anfang. Ach so, ist da die zweite. Das muss ich jetzt gleich mal gucken, dann. Also erst das hier. Was war es dann? Dann war es Westen. Westen ist hier. Dann das hier wieder. So, damit machen wir das mal auch, dass wir die ständig cheaten müssen. So, jetzt müssen wir noch einmal im Osten und dann wieder im Süden öffnen. So. Dann warten wir bis der nächste Pferd vorbei ist. So. Ach so, das sind die Platten da hinten, die ich gerade höre. So, dann biebe ich nochmal hier zurück. Zurück. Dass ich gerade mal gucken kann, wie der zweite geht. Erst Süden, dann Osten, dann Westen. Erst Süden. Ja. Das nächste ist Osten. Das heißt, ich muss mich nur hier hinstellen. So. Osten habe ich, jetzt brauche ich Westen. Dann kommt als nächstes wieder Süden. Nach Süden kommt wieder Osten und am Westen. Obwohl er jetzt schon offen wäre. Hä, 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 ich habe Angst. Ach, du meine Güte. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Au. Okay, die Güte, da können wir mir spawnen, oder wie? Was wants? Ja. Jetzt Ach so, ich hätte das da aufhalten können. Oh oh. Das ist nicht so schön. Was zur Hölle portet mich? Und schieß. Okay. 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 Ich verstehe irgendwie nix. Oh. Ich glaube, ich habe es kapiert. Was bringt mir das jetzt gerade? Das ist nicht so schön. Ich glaube, ich habe das. Ich muss aufpassen, dass hier nicht so viel geportet wird. Ja, wenn nur einzelne Gegner sich hier rüberporten, dann habe ich keine Probleme damit. Wenn es zwei sind, dann eher. Wie zur Hölle wurde sie gerade getötet. Was ist das für ein Ort? Das Problem ist, dass der Zwischengang da geportet werden kann. Was ist das für ein Ort? Ähm, wie ich sie kann. Wo ist es denn? Prismic Prison. Au. Okay. Hey, ich habe das Spiel gequischt. Hmm. Okay.